Moin Pieps, was geht ab? Mein Name ist Chris Surch, ganz herzlich zu hören, mein Vlog an diesem... Heute ist... Sonntag! Sonntag! Ah, Sonntag, eine Woche später. Ähm, gleich kommt mein Taxi in Richtung Italien. Das sind gerade noch die beiden Pappnasen, mit denen ich eben den Frankreich-Vlog gefinisht habe. Nur Vlog-Sension. Sag mal Tschüss. Tschüss. Motivation grenzenlos. Es ist jetzt um 10 vor 5. Der Flug geht in einer Stunde 10. Ich habe eingecheckt, das ist der kleinste Flughafen der Erde. Also wirklich niemand hier. Und ich habe auch keinen Plan, wo ich eigentlich so richtig hin muss. Ab nach Paris! Auf Urrapp. Ich habe eine Maschine in der Mitte. Ich habe keine Maschine in Zeit. Und ich habe eine Maschine, eine Maschine in der Mitte. Und ich habe eine Maschine in der Mitte. Meine 40 Sekunden, eine Maschine in der Mitte. Und ich habe mich geämmt, das ist meine Maschine. Ich habe kein Barsch-Vloggerät. Ich habe ein Schnelles quartz, hinzulegen. Wir begrüßen die Angen in der Mitte der Mitte. Ich habe keine Maschine. Ich habe in der Mitte. Es ist jetzt halb acht, Boarding beginnt um halb zehn, das heißt ich erstmal zwei Stunden um tot zu schlagen, glaube ich bin mir einfach da, vielleicht mal was zu essen, weil ich hab Baba-Hunger und dann suche ich mal mein Geld, echt anstrengend. Es ist kurz nach acht, ich bin in so einem nicen Business-Class-Bereich, auch wenn ich in Conway fliege, aber hier ist jetzt keine Absperrung, deswegen chill ich jetzt hier. Und als ich vor acht Wochen schon mal in Paris war, da war ich auch hier, es ist mega nice auf jeden Fall. Ich glaube, ich pende so mal eine Stunde, weil ich hab nichts zu tun und schlafen ist gesund. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns an Bord hier, also nach München würde ich mal sagen. Das ist in München, in der Tiefgarage, meine Familie ist irgendwo in der Nähe, hoffe ich jetzt mal zumindest. Und dann drei Stunden mit Mahote jetzt bis zum Hotel und dann bin ich endlich da, nach gefühlt zwölf Stunden Reisen oder so. Ja. Ich steppe jetzt meine Familie und dann hoffen wir, dass jetzt alles schnell über die Bühne geht. Es ist noch überall, darum hat es so lange gedauert. Ach, überhaupt nicht. Du hast noch ganz schön lange rumgefilmt. Hallo, hallo. Oh, hallo. Hi, hallo. Eine Stunde, also. Haben wir Motivation entgekippt? Ja. Es ist fünf vor halb sechs. Wir haben es geschafft. Ich bin nach ungefähr zwölf Stunden, oder eher vierzehn Stunden, endlich angekommen. Wir sind hier im Hotel. In fünf Minuten haben wir Golftraining. Ich bin direkt flügelig, besser ist das. Ja, und jetzt sind wir so. Das zeige ich später. Ich erzähle erstmal Golftraining und dann sehen wir später. Gönnt euch den Ausblick. Besser ist das, Digga. Nice, nice. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like oder ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.